Die Übersetzungsschnittstelle Sieben Sprachen stehen Ihnen zur Verfügung, darunter Russisch und Spanisch. In der Version 12 Professional wurden außerdem die Übersetzungsleistung und die Wörterbücher verbessert. Die Anbindung an die Sprachmodule von Windows XP oder Vista ermöglicht außerdem das Diktieren und Vorlesen von Text. Weitere praktische Funktionen, die Integration in Microsoft Office und Outlook, die Übersetzung von Text schon während der Eingabe, zum Beispiel für das Instant Messaging, oder die praktischen Fachwörterbücher. Power Translator 12 Professional überwindet Sprachbarrieren.